Servus Erwin, was ist deine Lieblingsstelle auf der Neuenbach 7 CD der Sinn des Lebens? Was ich finde eigentlich ohne Stickel grenzgenial, aber am steilsten ist die Neue von Alex, die teilweise Mollige, weil die ist einfach so zart zu spüren, dass es echt cool ist. Was möchtest du uns noch für die CD-Präsentation mitteilen? Es wird ganz gewaltig.